Um eine Zwiebel zu schneiden, entferne zunächst den Stiel. Halbiere sie als nächstes von oben nach unten durch die Wurzel und pelle die äußere Haut ab. Willst du deine Zwiebel in Würfel schneiden oder sie klein hacken, lege sie mit der Wurzel von dir weg und schneide sie mehrmals vorsichtig der Länge nach ein. Schneide die Zwiebel jedoch nicht ganz durch, denn sie soll am Wurzelende intakt bleiben. Drehe nun dein Messer, sodass es parallel zum Brett ist, und schneide deine Zwiebel ein. Achte auch hier darauf, nicht komplett durchzuschneiden, um die Zwiebel zusammenzuhalten. Schneide schließlich deine Zwiebel in kleine Stücke, indem du von der Stiel- zur Wurzelseite schneidest. Solltest du deine Zwiebel lieber in Scheiben schneiden wollen, lege eine Hälfte mit der aufgeschnittenen Seite nach unten auf ein Brett. Schneide sie nun in dünne Scheiben auf einer Seite beginnend. Mach das gleiche mit der anderen Zwiebelhälfte und trenne dann alle Scheiben voneinander.